So, und damit seit Verlust und den Zweig genommen haben wir zu dem Verlauf, zu einem neuen Park auf dem Schiff hier. Ähm, ja. Okay, ich habe auch einen Uranium mit dem Zweigen fürst. Im letzten Park gab es da ein bisschen Probleme. Da ist das Spiel abgeschmiert am Ende. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr so viel. Und dann gab es das Problem, dass wir hier zurück zur nächsten, zum letzten Pokémon Center mussten. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ähm, mit ihm haben wir schon geredet, aber müssen wir ihn jetzt bekämpfen oder wie sieht es aus? und die Frage weiter. Du bist hier, weil sie das Ok, die Musik ist tatsächlich ein bißchen nachher veröffentlicht. Ich hoffe, dass du jetzt nicht zu sehr... Oh, ich hab auch noch nicht beglempft. Hey, Juni ist zurück und du bist auf der Pokémon. Die Pokémon will not stand a chance von dir, right? Ok, kämpfen wir mal gegen jeden, ist einfach das Ganze. Versuchen wir mal heute von dem Schiff runterzukommen, um besiegt zu werden. Ist der Plan, dass wir heute vielleicht mal ankommen? Es wird ja... Macht gut, dass der Spiel jetzt hier nicht wieder... ...einknickt. Es hat ähm... Ja, als ich bin später, war es schon ein paar Mal... ...eine Stoff entgegen. Und... Ja... Ihr habt's gesehen, am Ende des letzten Parts. War jetzt nicht gerade sehr gut. Soll ich dann vielleicht nicht in diesem Arsch... ...dürfen wir uns den Kampfklima hin... ...haben wir nun meine Rivalen gegen uns... ...verhalten sich aber doch... ...ja... Ich mach dir noch ein bisschen zu schweig. So schaut's aus... ...den haben wir letztes Mal nicht besiegen können. Das ist jetzt hier die große Presse... ...und da müssen wir alle Trainer besiegen. Unseres Rivalens, oder... ...reicht das nur hier... ...und der Trainer besiegen wird... ...und der Trainer muss heftig entgegen können... Na klar... ...han... ...wir fahdan ja schon hitting. Also im normalen Game ist das hier... ...eindeutige Sache hier. Und dann muss man normalerweise nur gegen einen 2 Teil erdecken... ... bırak есте! Ja, das Problem ist halt, wie man kaputt gehen kann, die sind von den letzten Anzeiten. Das ist auch in den normalen Games nicht so genau. 5.20 für Bande. Konfusion, ja unbedingt. Ja, Charm. Da kann man Charm vergessen. Das ist sehr gut. Okay, den Kanal besiegt's. Jetzt mit dir aus. Hey, hey, where are you going? Ich go in, um es dir zu kämpfen. Was genau? Okay. 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 Ich werd grad auf meine Mini angerufen. Ja, ähm, da kann ich grad nichts ran gehen. Moment. Das ist jetzt natürlich schlecht. Ähm... Na gut. Takiupus ist jetzt nicht der Beste. Ich muss noch einmal mehr zurückholfen. Ich will es grad nicht, wer mich da gerufen hat. Ich glaub, man hat es nicht zurückgehört. Ich glaub, genau. Ich sollte vielleicht mal das Pokémon wegziehen. Das ist wirklich nicht zu schlecht. Hm. Ohne Takiupus sind. Weil er sich nicht ständig selbst heilen würde. Ich glaub, das ist ein Schiff. Ach Mensch, na komm. Jetzt. Das ist ein Selbstheilungszertal. Warum können das Männer haben nichts? Wahrscheinlich hab ich es einfach verlernt. Ich hab wahrscheinlich schon die Anfahrung. Nee, das ist das Wissen-20-Zort. Hm. Ich hab die Anzeige und die Sattel. Ich hab's einfach verstanden. Um eine Heilungszertalias mit meinen Anfahrten. Und zum Beispiel jetzt. Stunden später ... ... und an dem, der immer die Selbstheilungszertalien nützt, dann kann das so essen. Er kann das ja noch dauern. Er kann das ja Stunden. Er kann das Stunden dauern. So, na komm jetzt hier. Machs alle. Seid gut. Und dann wird's gleich hier oben. Ok, in Adich. Adich. Wenn's versprochen wird. Ok, dann wird's gesprochen. Adich oder Adich. Ich weiß es nicht. Na los, Dachiro. Sunday. Ich dachte, in meinem Konflikt kriegst du noch besiegt. Das ist mir sehr schön. Das klappt aber nicht. So, Euranda. Was ist dran? Ja, doch. Euranda kennt es da hin. Konfusion. Er kommt durchhalten. Ah, das ist ein bisschen. Und das Ding. Ein A von Spunkter. Sehr gut. Ein bisschen Geld. Und die hier haben wir schon besiegt. Ja, das sieht ganz danach aus. Als müssten wir doch unsere Moralen besiegen. Bevor wir hier weiterkommen. Wir müssen nicht kämpfen. Tja, gut. Ähm. Versuchen wir nicht zu sterben. Ich schwächere hier nochmal vor den Kampf. Dann müssen wir einfach... Ja, den ganzen Weg nochmal laufen. Dann will ich nicht. Dann müssen wir auf das Spiel nochmal zurücksetzen. Dann haben wir gesprächert. Zwei. Das ist stark. Aber ich bin so Angst. Nein, nein. Ich habe das nicht gesagt. Ich bin nie Angst. Ich werde das beste Trank ever sein. Ich bin noch nicht Angst. Ich werde das beste Trank ever sein. Ich bin dann Stork. Ich bin sehr Angst. Stork. Sie sind tot und sich sterben. Deriamo den Mund! Bed-Arm, Heiming, But you just want to becker, and want to be the very best. Please the speech of English. Ich fühle mich, und 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 ich habe aber noch ein paar bleiben, und das werden wir überleben. Jetzt streichen wir uns ein bisschen an. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Bläber, mit der Aufmerksamkeit, und ich fühle mich, und ich fühle mich, zurück zum Bugman zu verursten. Es wäre nicht zu toll. Es regnet, und kommt zu dem Schiff. Natürlich. Was auch sonst? Halt's durch, Brompi! Halt's durch! Bartei, Mist! Verdammt! Ähm... Das war's mit Brompi. Ich muss aber noch mal von jemandem dabei haben. Heilmann da! Ich hoffe, ich habe noch von jemandem dabei. Komm, versuchen! Komm! Ah, ja, ja. Das hätte besser sein müssen. Das hätte besser sein müssen. Verdammt! Gut, ähm... Ich bin lieber, wie sie jetzt da haben muss. Das ist der Effekt, was... Verdammt! Verdammt! Nein! Nein, stoppt! Hm... Jetzt geht's wieder ein bisschen aus. Wie sieht's denn mit den Tränken aus und den Bewege uns denn? Und jetzt hin? Okay, drei Blämer haben wir noch. Halt doch, Brompi ist hier der Stärkste! Im Wunder! Brompi! Jetzt durch Tabillon! So, Sucker Potion! Brompi! Dann können wir noch wieder heilen! Dann kann ich auch wieder heilen. Dann ist die Tone, aber... Das ist auch nicht ganz schlecht! Na komm, du aced! hat es nicht ganz so viel gemacht ja gut so so das so 3 hat Das ist auch noch alle Kalker. Verdammt! Ich muss mit ganz anderen Sommerflaster funktionieren. Ich kann nicht so gut sein. Oh, okay. Das ist gut. Das funktioniert gut. Einziges Mal in dieser Strecke ist sehr gut. Das läuft sehr gut. Null 25. Nur umschaut. Interessant. Gesang will ich noch nicht verlernen. Gastgenau verlernen. Auch nicht. So, bitte kämpfen. Luna Puff. Luna Puff. Na komm, streng dich an. Keine Bucke. Das kriegen wir doch hin. Oh! Fast besiegt. Halt durch Bumpi. Okay. Okay. Was? Ach so. Ja, gut. Ich lebe noch. Was? Das haben wir ja. Komm, mach's alle. Er hat sich natürlich drei Hattern gebraucht, damit das funktioniert. Okay. Metall-Linx. 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 Hier wird wohl wahrscheinlich Modi jetzt der Strecke für die Wesen sein. Da ist die Wesen sein. Da könnte ich Modi ansetzen müssen. Ja. Modi, was ist das heute? Ja. Da ist die Wesen sein. Die Wesen sind 28. Kann in die Hose gehen. Na komm. Das macht ja weitermachen und wenig aus. So. Ich muss jetzt einmal mit den Karten was probieren. Gut, die hat jetzt versucht. So, Markus muss jetzt die Pumpe nehmen. Ich muss jetzt die Pumpe nehmen. Ah, das ist schon etwas. Aber gut, es wird es wahrscheinlich geben. Ich suche die Pumpe. Komm, du schaffst das. Ja, Markus sollte er jetzt sehen. Oh, er lebt noch. Na, ey, jetzt Pumpe. Na ja, gut, das war jetzt zwei Mal. Achtelbe. Achtelbe Unterschied. Er lebt noch. Was ist los, Markus? Markus. Okay, Markus hat gut durchgehört. Los, Pumpe. Jetzt will ich volle Pumpe sehen. Mach's alle. Na, komm, heiz durch, heiz durch, heiz durch, heiz durch, heiz durch, heiz durch. Sehr gut. Das war's glaube ich schon. Was ist denn für Pumpe? Tio besiegt. No, das ist nicht fair. Das ist für mich gut. Nein, das war's. Nein, das war's. Es war's, ne, das war's. Es ist einfach, ich habe einfach gesagt, ich habe einfach gesagt, dass es in Trouble ist. Ich kann nicht sogar mit der Bälle, hierher, ich versuche, ich versuche, mir zuerst, einfach, zu bleiben. Okay, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt alle Besiegesdise zu sehen haben, dann geht's ab, und die D-D-O-Mod-Guide, Thunderboxylver, who's has arrived at, its destination, Route 8, 8, The Wheatfields, The Wheatfields? Der Fuck, Feel free to take your travel again soon. Thank you and please came again. Thank you for traveling with Tandor. Jus, eh, was ist hier los? Are you ready to do this break for Tandor looks so close? Yes, I hope you enjoyed today. Sehr gut und dich ausreichern. Sehr gut. Okay, sind wir angekommen. Am anderen Ende. Müssen wir grad auf die Karte gucken. Nicht der Pokédex. Die Karte. Aha. Okay. Irgendwie sind kleine... Über den kleinen Fluss und Schipper. Aha. Gute Acht. Weak Fears. Ist das wirklich Weak Fears? Also... Marihuana? Felder? Oder... Okay. Für verschiedene Powerplans. Tome Kraftwerke. Wah. Aiobe, Aiobe. Aiobe, Aiobe. 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 Die andere Seite der Person ist, wenn du das anwaltst. Also, wenn du das anwaltst. Ist das richtig? Hm, Kids. Diesen Tage. Was will ich da sagen? Ich bin nicht der Typ der warten kann, aber darf keiner gewöhnen. Das ist ein guter Typ. Gut, Kids. Super Angel. Oh, hier ist noch ein Item. Sammelnwein. Ultra Ball. Also wirklich Ultra Ball oder... Ist das falsch übersetzt? Ah, schade. Ist nur ein Hyper Ball. Also nicht die Ultra Ball aus. Sondern Mond. Ist sehr schade. Oh, ein Formball. Cotterine. Ist sehr schön. Würde ich ihn noch mal fangen. Soll ich das auf sie entdecken. Und... So, wir müssen gleich mal Markus an der Spitze setzen. Er muss trainiert werden. Tapieren und geben mal ein Item her. Und wir machen es so. Item, du kriegst sie ja. XEXP, sehr gut. Damit du ein bisschen... Was kriegst? Okay, dann müssen wir Mond in der Spitze setzen. Und... Nein, nein. Mond in den Lens auch trainieren. Switch. Und der andere wird durch den EXP-Schermis genommen. Oh, tja. Most of us for us work on the farms. It's hard to work, but it's enough to feed off Tando. Sehr schön. Die braven... Feldarbeiter. Okay, hier sind wir. Dank. Dann geht's hier weiter in die nächste Stadt, oder was? Ein paar Beeren. Zwei Cornberries. Okay, ein paar Beeren pflücken. Muss sein. Das sieht mir schon aus. Nach Tränen. Wenn wir kämpfen müssen. Dann geht's hier auf dem Fahrrad, auf jeden Fall. Der Ranger wahrscheinlich. Okay. Jo, das ist der nächste Träner. Oh, what's that? Sure. You wanna battle? XEXP, I don't see why not. Okay. Fahr mal hin da vorne, ich weiß. Okay, hier sind jetzt schon die 28. Ich lasse halt immer so. Dann müssen wir uns dazu mal ein bisschen trainieren. Natürlich, Modi. Sehr gut. Wir hatten uns noch einsetzen können. Das ist sehr gut. So, ich darf das nun mit Modis in den Tränen. So, ich darf das nun was. So, nein. Nein, nein. Nein, nein, du kannst du was benutzen. So, okay. Na ja. Weiterhin der Unterschied zu der Tunzeiung ist ja. Ich muss das selbe müssen. So, ich darf das jetzt. So, ich darf das jetzt nicht mehr tun. Okay. Okay. So, ich versuche das jetzt ein bisschen. Ich möchte noch auf die Abwaltblabberen. Das ist ein bisschen. Was? Verbrennen? Das ist eine gute Sache. Ich darf die Ruhe. Ich hoffe, der hat mich anzufügen. Ich darf mich anzufügen. Aber eins. So, ich kann das alles gleich. Jetzt tue ich die Akierung, das ist schon über 21, dass es gut ist. So, Tanzkill besiegt. So, Farmalega besiegt. Ein bisschen Geld bekommen. Ein paar Wehren. So, ein paar Wehren. Eine Wehren. Ich weiß nicht, was wir mit den Wehren anfangen sollen. Habe ich nie im Hauptmann-Spiel in Ernst genommen. Die Wehren, aber... Vielleicht bauen wir sie doch irgendwann irgendwo für. Ich will es gucken an. Reetan. Bekatz. Bekatz. Witzige diesen Snake. Witzige. 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 Diehin gilt gegen die Schlangen einzusetzen. Und so. Witzige. Schon mal fliegen. Witzige. Es geht. Toll. Und es geht. Verdammt, es ist ruhig, ich muss einsetzen. So, Waterpolis... Komm, mach's alle. Sehr gut. Ein paar Fangsbund für auch von Markus. Okay, geht's zu farmen, oder was? Oh verdammt! Mein Hütter, der Mann und der Fuß. Spottet, Kauld, hier. So, ein, der noch gut. Glück auch mit, ich glaube, der wird. Gut, ich war's hier nochmal. Oh, ne, ich bin früher. Jetzt ist es so. Mir habe ich noch nicht gegeben. Letztes Minster vor und setz mich ganz verheiratet. Hier tut mir die Fernseher. Das ist... Das wird's der Pio nicht lernen oder leben. Ja gut, Ace it. Auf jeden Fall. Komm, mach's an. Mach's an. Ace it. Vergift das. Vergift das zu guter. Okay. 1121 für Markus. Ender Newfiller lernen. All Oats. Ja, prinzipiell Matzlack. Okay, Matzlack für Disney. Ja, wir kämpfen noch ein bisschen. Wie ist es? Na komm. Lass es mir. Oh, er geht auch unerlebt. Obst du ab. Und du die Sack. So. Pumppi. Was wollte ich bekämpfen? Ja, mein Team ist jetzt verschieden. Wo er wird. Wo wird 20 haben wir im Team? Wo wird 21 haben wir im Team? Wo wird 21 haben wir im Team? Wo wird 21? Und 21 haben wir im Team? Und 21 haben wir im Team. Und 27 haben wir hoch. Ja, fast ein. Das ist der Letztes. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Das kriegen wir hin. Trainer besiegt. Und weiter geht's. Noch ein Trainer. Ja, fight me, fight me. Wir waren noch nicht bei einem Pokémon Center. Wir waren nicht bei einem Pokémon Center. Wir dürfen noch nicht verlieren. Der nächste Pokémon Center liegt noch für uns. Was machst du denn hier mit auf? Los, pumpieren. Ja gut. Ich hoffe, wir überleben das jetzt irgendwie. Ja gut. Das mit dem Überleben. Sag mir, dass der nicht viele Bocken hat. Alvander. Ja gut. Entgucken wir dann noch. Okay, das kommt mir doch vielleicht auf einmal. Ja, danke. Oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Huha. Na, wir haben jetzt da mal eben. Oder? Kritisch. Wir sind auch nicht so weit. Ich habe gesteichert, dass wir im Spielplan oder... Nein, nicht kämpfen. Was? Lieber, 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 irgendwie. Na komm. Ähm, halb an. Okay. Puh, oh Mann. Ich hab die Lebe auch. Sehr gut. Na, dann. Komm, wir haben jetzt den Treppe ansetzen. Ich hab jetzt den Super-Tremper geschlossen. oh wei trainer besiegen wenn wir dann erst mal Jetzt wollen wir jetzt noch mal zurückgehen, um den Trainer zu sehen. Unser Team ist noch gewesen, ja, aber ich will den Trainer hier schon. Mittlerweile wird 28 anfangen. Ja, das kann in der nächsten Armee natürlich werden. Wir werden schon drinnen für den letzten Arayner. Es sei denn, wir sind irgendwie im Typenvorteil. So. Na komm, lass uns durch. Oh kacka. Das ist gleich der nächste Kampf. Ich habe keine Kleber mehr. Ich komme hier nicht weiter. Verdammt. Und da können wir uns auch nicht dran vorbeischlechen an dem... Fülle hier. Ja, Blieber hast du hier nicht für uns, oder was? Ja komm, du Zugang. Jetzt zieh ich kritisch. Wander rein. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Wir müssen aber wahrscheinlich... Wir müssen irgendwie... Wir können uns irgendwie so vorbeischlechen. Wir gehen zum anderen Weg durch so ein Glas. Ich versuche es gerade. Ich versuche es gerade. Es ist schon ein Glas zu kaufen. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Aus und aus. Leute. Kann hier geheilt werden? Dann müsste ich den Kampf aus. Das ist immer sehr schlecht. Okay. Kämpchen wird zu fast. Aber wieder Helm. I'm so tired. Hey, don't want to talk. Come back later. Pokémon heilen... Das ist schlecht. Das will mir ein Pokémon nicht heilen. Das ist Tränen im Wohngras. Hey, mal speichern bitte. Da müssen wir gucken, dass wir dann... ...spiel resetten. Steig dich vorbei. Steig dich vorbei. Steig dich vorbei. Da müssen wir nicht lang. Nach links und nach. Da wird's vorbei gestrichen. Wombol. Okay, hier geht's schon in die nächste Stadt. Das ist Samhans. Da können wir gleich mal im Great Ball. Nicht im Great Ball. Da können wir gleich im Pokémon Center... ...Pokémon heilen. Und dann werden wir verlieren. Dann werden wir jetzt gut gesetzt. Win... Win a while to... Nostalgique Power Dice. Okay. Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center, Pokémon Center. Pokémon Center. Sehr gut. Ja. Kogunut, Milch. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Egal, Pokémon heilen, bitte. Sehr gut. Guck mal. Dankeschön. Na dann, haben wir zumindest die Sicherheit, dass wir hier nicht den ganzen Weg normal machen müssen, dass Boots mich normal machen müssen, aber jetzt hoff ich nochmal machen, die Schiffe ausmählich, mich normal machen müssen, gut, was ist das hier in der Kirche? Na dann, ich mache mal eine kleine Aufnahmepause, dann sehen wir uns bald wieder, Mutter Renner, bis gleich oder bis zum nächsten Part, mal schauen, ich mache eine Pause, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.